hey what's up man welcome back da bin ich wieder wir machen hier weiter mit future perfect mit be going to ok mit unserer ersten beispiel und es wird immer weiter gehen wie wir in den letzten video gemacht haben erst mal haben wir future perfect mit be going to ok da werden wir hier sagen zum beispiel man schreibt Dave is going to this is here going to form is going to to have ok that is going to have yet unperfect play ok that is to go into form venida this is in with and a future for moment that I'm going to do something ok Dave is going to I'm going to have ok and then play soccer ok so dann haben wir wieder hier unsere zeitform is going to have play diese zeitform wir komplett hier unten überwiesen wie wir vorher immer gemacht haben und in mit be natürlich weil wir hier passiv grad schreiben so desweilen soccer is going to to have und then bin ok das ist be in der form of future perfect mit going to soccer is going to have been train then unser to conjugate verb played played by day okay so unser nächstes beispiel James take the train take the train Jane is going to it's going to have the right form of take is taken between it's going to have taken train dann machen wir wieder das gleiche 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 ok diese komplette zeitformer unten überwiesen es ergibt die train ist es going to have been dann dritte former des verbes taken taken oops falsche farbe taken my jeans ok so unser letztes beispiel the kids make clean the room the kids are the farbe that's metal here is the key are going to going to have cleaned the room ok also die ganze form genauso wie bei der anderen dann ergibt es hier unten the room is jetzt haben wir jetzt haben wir eine zahl ein ok is going to have been bin und clint dritte form des verbes des verbes des zu conjugiertes verbes clean ok also das ist hier so die form i mean the future perfect mit be going to what are going to future perfect okay so in unser nest video werden wir über future perfect continuous assess continuous form von der form hier ok wir werden future perfect ich mache eine abkürtung hier und dann mit be going to okay okay das heißt praktisch die future form als die continuous form der der form hier ok so so thank you for watching again alligator see you later but not for a while bye bye ja 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 ja